Hallo und herzlich willkommen zurück zu SeanDavidTV, hoffentlich eurer absoluten Lieblings-Retro-Film-Sendung. Wieder mit einer wundervollen, boah, was ist die weibliche Form von Gast? Gästin? Wir fangen gar nicht erst damit an. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Scheiß-Thema. Mit einem wundervollen Gast und zwar Sarah Sahara. Hallo. Hallo zusammen. So, wir beide haben ja vorher mal drüber gesprochen, dass wir auch mal Filmthemen machen wollen, die jetzt nicht nur auf Disney bezogen sind. Und da du ja ein Hardcore-Otto-Walkes-Fan bist. Ja, schon, ja. Habe ich vorgeschlagen, dass wir uns mal um Otto, der Film aus dem Jahre 1985 kümmern. Ja. Wie kommst du als Person, die in den 90ern erst geboren wurde, überhaupt zu Otto Walkes? Weil der war für mich so, mal abgesehen von den 80ern, so in den frühen 90ern so in aller Munde. Auch durch die ganzen Filme, die er gemacht hat, durch seine Sendung, durch die Ottifanten etc. Wie kam das bei dir zustande, dass du überhaupt mit dem in Berührung gekommen bist? Das habe ich mich auch nochmal gefragt, weil ich so die Zahlen mir angeguckt habe und gedacht habe, das ist schon sogar vor der Geburt meiner Schwester gewesen. Also irgendwie, wo habe ich da die Zusammenhänge? Ich glaube, wir haben das einfach in der Familie geschaut. Also der war ja ständig im TV mit seinen Bühnenauftritten, mit den Filmen selbst und dann habe ich quasi Blut geleckt und dann habe ich mir den auch auf Kassette reingezogen und dann drüber dran. Hörspielkassette oder VHS? Nee, Hörspielkassette tatsächlich. Okay, ich auch tatsächlich, okay. Du meinst quasi auch dieses Live-Programm, wo er Witze erzählt hat und so weiter. Ja, das war tatsächlich auch meine erste Berührung mit ihm. Aber krass, dass ihr das auch noch gemacht habt. Bei mir war das so 91 oder so, muss bei dir ja dann so Ende 90er gewesen sein. Genau, irgendwie sowas, ja. Also ich habe auch tatsächlich, wenn, früher war das irgendwie noch gang und gäbe, dass im Radio auch teilweise dann so Sketche und so ausgestrahlt worden sind, auch von Kaya Jana und so. Und dann habe ich die immer an meiner Stereoanlage, habe ich dann halt zigfach meine Kassetten, meine Hörkassetten überschrieben und immer wieder aufgenommen dann aus dem Radio. Sketche von Otto? Von Otto, wie gesagt von Kaya Jana, also von unseren verschiedenen Comedien. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin jetzt noch nicht mal so ein extremer Technik-Nerd oder so. Ich meine, es ist jetzt auch, Knopf drücken, richtigen Moment finden. Es ist jetzt irgendwie noch nicht, weil das das höchst anspruchsvoll ist. Hast du dann den ganzen Tag vom Radio gehockt und gewartet, dass mein Sketch kam und dann auf Rekord gedrückt? Weil es gab ja keine Fernsehzeitung, wo irgendwie drin stand, pass auf, jetzt um 15.30 Uhr kommt ein Sketch von Otto. Wenn ich jetzt ja sage, dann klingt das ganz schön nerdig. Oh, okay. Ich hatte auch Freunde, wirklich. Zwei, zwei, zwei. Meine Schwester und die Stereo-Anlage. Ein Freund, ein Freund. Egal. Und Otto. Und Otto natürlich. Es ist ultra interessant zu sehen, dass sich so manche Sachen überschneiden, trotz, dass man unterschiedliche Generationen angehört. Otto, der Film, kam ja 1985 raus. Also da war ich auch erst ein Jahr alt. Kann ja nicht, 84 raus? Nee, 85 in die Kinos. Also hab ich zumindest... Ah, okay. Da hab ich zumindest... Ja, wird dann wahrscheinlich um 84 gedreht worden sein, 85 dann in die Kinos. Und ich weiß noch, auch von Dokumentationen, die ich gesehen hab und auch von der Otto Walkes Biografie, die es als Hörbuch gibt auf Audible, hab ich mir vor kurzem reingezogen nochmal. Das handelt sich hier um Werbung. Ja, aber kann man sich auf jeden Fall geben. Ist interessant, wenn man Otto mag. Und da hab ich halt so ein bisschen mitbekommen, wie groß er eigentlich da war. Also Otto war da schon so Deutschlands Nummer 1 Comedian und auch, hat er zumindest gesagt, so mit so der erste bekannte Stand-Up-Comedian, der so wirklich heilen gefühlt hat. Ja, das war so sein Zenit, ne? Genau. Tatsächlich die Zeit, wo der erste Film rauskam, äh, in der der erste Film rauskam, ja. Richtig, genau. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, ob du das nachlesen konntest, das hab ich tatsächlich aus der Biografie. Und zur damaligen Zeit wurde ihm dann quasi angeboten, pass auf, ja, wir würden gerne einen Film mit dir machen, etc. Und Otto hat gesagt, ja, cool, kann mir zwar nicht vorstellen, dass jemand guckt, aber ich hab Interesse dran. Und die ersten Personen, die ihm Code dafür bieten wollen, war Produzent Bernd Eichinger. Bernd Eichinger ist der Mann, der zum Beispiel die unendliche Geschichte produziert hat. Otto hat es abgelehnt, ist dann zu der größten Konkurrenz von Bernd Eichinger gegangen und hat dann den Film quasi, ja, mit einem sehr, sehr jungen Regisseur namens, äh, Sava, wie ist der mit Nachnamen, äh, Schwarzenberger gedreht. Und Otto hat parallel noch mit die Regie geführt. Also, ja, ich dreh da mal einen Film, führ mal so selber halb noch Regie mit, etc. Und am Ende, was passiert, es wird der erfolgreichste deutsche Film überhaupt. Und der hat ja auch vor allem noch so ein paar Größen mit ins Boot geholt, ne? Richtig, das auch noch. Zeigt aber wieder den Stellenwert, den Otto da zu der Zeit hatte, ne? Tatsächlich, ja. Kannst du mal eine Inhaltsangabe geben, worüber der Film handelt? Und ich bin jetzt ganz, ganz fies, ich übergebe dir das, weil gestern, als ich nochmal geschaut habe, hab ich gedacht, boah, das kannst du doch nicht in der Inhaltsangabe. Was erzählst du denn da, was da passiert? Passiert ja eigentlich nur... Ich würde es auch recht kurz halten. Ja. Es geht um Otto, also er spielt sich ja schon irgendwo selbst und um den Friesenjungen, der in die Großstadt kommt. Das heißt, so ein bisschen Kulturclash erlebt, mittellos ist und aber auch sieht, man kann irgendwo Geld herbekommen. Naja, und dann holpert, stolpert er sich so ein bisschen durchs Leben und versucht vor allem, seine Liebe für sich zu gewinnen. Das ist jetzt so ein bisschen sehr kurz, ich weiß. Ich wollte gerade sagen. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man versucht, das dann noch ein bisschen auszufüllen, dann erzählt man auch direkt den ganzen Film. Weil so viel Story ist da eigentlich nicht, ne? Also du kannst es noch mit paar... Und ein Flugzeug stürzt ab. So. Ja. Take that. Ja. Wie bringt man das jetzt zusammen? Das Ding ist, du hast halt wirklich recht. Also wenn man noch das jetzt mit drei, vier Story-Elementen noch füllt, hat man wirklich den ganzen Film erzählt. Das passiert halt dann doch schon recht viel. Ich habe mir natürlich auch nochmal angeguckt. Es war ganz schwer für mich, das nochmal zu müssen. Ich fand es geil. Und muss sagen, dass mich das total an diesen... Kennst du aus dem Leben eines Taugenichts? Nein. Okay, von Eichendorff. Das hat mich auch ein bisschen daran erinnert, dieses ins Leben hineinstolpern und immer irgendwie Situationen total ad absurdum zu führen und irgendwie dann doch zu überstehen und in die nächste Eskapade reinzustolpern. Und man müsste das eigentlich immer so in diesen kleinen Szenen erzählen. Aber ja, dann ist das keine Inhaltsangabe mehr, sondern dann... Komplette Storyboard. Dann bräuchte wir halt... Wie lange geht der Film? Stunde 20? Dann brauchen wir eine Stunde 20. Ja. Ja. Hast du recht. Ich würde dann trotzdem aber gerne über ein paar Charaktere sprechen. Und zwar einmal über Ottos Liebe, über Sylvia. Ja, gespielt von Jessica Cardinal, die unter anderem jetzt nicht die größte Filmkarriere hat, aber sie hat bei Independence Day mit Will Smith mitgespielt, habe ich herausgefunden. Da hat sie eine deutsche Reporterin gespielt. Wirst du nicht gesehen haben, weil die Szene wurde rausgeschnitten. Oh, schade. Ja, finde ich aber cool, dass eine Deutsche, die einen Otto-Film spielt, einfach mal in einem Hollywood-Blockbuster mit dabei ist. Ja, Chase Your Dreams. Einfach machen. Total, total. Hast du, das ist so ein bisschen Trivia dazu, als sie angefragt wurde für den Film, hat sie gedacht, es geht nicht um Otto, den Menschen, sondern um den Otto-Versand. Finde ich total geil. Finde ich super. Und die so, oh ja. Otto-Versand, ja klar. Klasse, bestelle ich alle zwei Wochen. Finde ich super. Aber wie geil, ne? Aber... Wo es schon zu dem Zeitpunkt war, kannst du mal sehen, es kommt nicht überall an. Der Otto-Versand. Gibt's den noch? Ja. Auch noch mit Katalogen? Wie früher, kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich tatsächlich nicht, aber ich könnte mich jetzt komplett irren, das ist ja alles digitalisiert mittlerweile. Schreib mal, wer es weiß, in die Kommentare, gibt es noch die Otto-Katalogen. Die Otto-Kataloge. Und wenn es die gibt, dann hätte ich ganz gern einen, weil ich hab früher, hast du früher auch das, was du dir gewünscht hast, in die Seite hast, einen Knick unten gemacht. Immer, immer, immer. Hätte ich mehr Bock drauf. Würde ich dann einfach so kurz vor Weihnachten der Mutter auf den Tisch knallen. Hier, meine Wünsche. Das hab ich tatsächlich gemacht, ich hab nie was bekommen. Oh. Ja. Wir hatten ja damals nichts. Wir hatten ja damals nichts. Ja, sicher. Stimmt, stimmt wirklich, stimmt wirklich. Die liebe Sylvia, finde ich, spielt wirklich sehr, sehr, sehr sympathisch, ist eine liebenswürdige Frau. Und du hast die ganze Zeit, wenn du sie siehst, und du siehst, wie liebenswürdig sie Otto anguckt, obwohl der voll der Otto ist. So. No. Also, 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 unsexier kannst du ja eigentlich nicht sein, als das, was er macht. Also angefangen von, wie er läuft, wie er redet, seine hardcore schlechten Gags zwischenzeitlich, dann dieses total awkward mäßige, so, aber trotzdem schaut sie ihn immer so total liebenswürdig an, von wegen, ach, irgendwie. Sie sagt das so, sie sieht in ihm halt so einen Künstler, einen Freigall, der ja auch irgendwo ist, ja. Ein Künstler, ja. Ein Überlebenskünstler, ja. Ich finde es geil, wenn er sagt, er muss sich quasi so hübsch machen, wie sie einfach dann durch seine drei Haare so auf dem Kopf und dann liebt. Kannst du dich noch an die Szene erinnern, wo sie bei ihm schläft und er hat so den Engel und den Teufel an der Schulter und letztendlich sagt der Engel von wegen, na, du kannst jetzt nichts mit ihr machen, so, benimm dich. Und der Teufel sagt von wegen, das ist deine Chance, mach es. Ich habe die ganze Zeit gewünscht, dass der Teufel gewinnt und dass Otto was mit ihr macht, aber nein, Otto schläft dann so drei Meter neben ihr irgendwo in der Ecke und macht halt nichts mit ihr. Obwohl sie in seiner Wohnung schläft, in Nachtbekleidung und offensichtlich Interesse an ihm hat, aber Otto ist halt ein Otto. Nein, würde ich nicht sagen. Vielleicht ist das aber auch der springende Punkt, warum sie sagt, es ist auch ein Gentleman irgendwo. Er ist vielleicht eben nicht einfach nur so ein Freigast und vor allem nicht ein Casanova, der durch die Gegend läuft und hier jede mitnimmt. Das zeigt er ja auch den Film über, also er gibt sich ja tierisch Mühe. Und er ist ja wirklich in so einem Tunnel. Erinnerst du dich an die Szene, wenn er über die Brücke geht und schon wieder einmal sagt, da sind sie wieder, meine drei Probleme. Und im Hintergrund wird halt so stark parodiert, dass er quasi total die Scheuklappen aufhört und gar nicht sieht, wie viel Schönes an der Welt passiert. Und er so, warum ist alles so schlimm? Warum ist alles so gemein? Nichts ist fair. Und da merkt man halt, der ist halt voll fokussiert natürlich nur so auf diese... Also ich finde das nicht schlimm, dass da nichts passiert ist. Ich finde es irgendwie, das ist einfach stimmig auch irgendwo. Das ist ja auch dann wieder so ein Sketch in sich, weil er dann ja am nächsten Morgen auch in seinem Buch nachguckt und dann halt eben diesen, ist mir noch egal, Puppe, Baby und das heißt immer so, mit der Kippe im Mundwinkel. Otto ist schon sehr, sehr hart in dem Film. Ein weiterer Charakter, der ein bisschen heraussticht, ist Ernesto, gespielt von Sky de Maul. Harald. Harald! Kommen wir gleich noch zu. Sky de Maul müssen wir noch drüber sprechen, ja. Ja, der unter anderem auch sehr, sehr bekannt in Deutschland ist durch A, seine Westernfilme, aber auch den Bulli-Film, der Schuh des Money-Toos. Ja, das ist doch mehr deine Generation. Geil, geil. Ja, war mir klar, dass du den... Hab ich 50.000 Mal gesehen und ich würde es wieder machen. Ja, war mir klar, dass du das gut finden wirst. Aber auch eben wegen Sky de Maul. Was? Der hat seine Stimme, der hat seine markante Stimme. Dann hat er natürlich auch einen Auftreten, ist ein großer Mann, ne? Ist jetzt auch nicht so irgendwie so ein Schlauch. Und dann, weiß ich nicht, der hat total was. Boah, diese Folge zeige ich deinem Freund. Diese Folge zeige ich deinem Freund. Ist okay, klar. Der sieht so gut aus und boah, seine Haare und seine Stimme, boah, ich finde den so knackig. Stark paraphrasiert würde ich jetzt sagen, aber... Genau das hast du gesagt. Ist mir nachs, ist okay. Genau das hast du gesagt. Ist in Ordnung. Aber du bist ja nicht die einzige Frau, auf die er so wirkt. Also Sky de Maul war ja wirklich schon immer ein absoluter Frauenschwarm. Ich kann aber auch verstehen, warum. Der ist ein gutaussehender Mann und seine Stimme ist halt wirklich 1A. Also die finde ich auch ist... Die sticht heraus. Sie klingt männlich, aber dann auch nochmal anders als andere männliche Stimmen. Also der hat schon echt was in der Stimme. Aber ich wollte ja gar nicht auf seinen Sex-Appeal ab. Ich wollte wirklich sagen, dass ich das super... Also ich mag einfach diese Figuren, die er dann auch irgendwie wieder kennt, spielt. Auch in der Schuhe des Manitou. Ich finde es einfach... Der hat auch immer diesen Charme und Witz dabei. Und ich finde, das macht er einfach klasse. Macht er auch. Also... Wobei er als Ernesto halt wirklich ein absoluter Vollschnösel ist, wo du die ganze Zeit denkst... Möchte gern Vollschnösel. Ja stimmt, möchte gern, stimmt. Wo du dich die ganze Zeit fragst, so was will denn Silvia mit dem? So von wegen so... Was, was... Aber du merkst ja schon, dass das so ein bisschen arrangiert ist, ne? Von der Mutter. Ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Die Silvia zeigt ja nicht so das Interesse an ihm wie an Otto. Also... Das ist eigentlich so geil. Eben, weil Otto viel farbenfroher ist. Er hat eine viel größere Palette, die er bietet so. Und der Ernesto ist irgendwo klar. Der letzte Safari hier, ja. Das ist mein Jaguar. Genau, ich erzähl euch mal was von meinem Leben. Das ist mein erster Jaguar. Das ist mein zweiter. Das ist mein zweiter Jaguar. Super Szene, obwohl die brutal ist. Das finde ich nicht gut. Auf die Jagd gehen. Und also, das ist sein Leben. Flugzeug, Jagen, Auto. Langweilig. Wow, so toll. Dann nimmst du lieber den Künstler, Otto. Wen hast du denn genommen von den beiden Rollen? Otto! Natürlich! Von vornherein, klar. Stell dir mal vor, du gehst mir immer aufs Date, der wirklich so läuft. So ein fein Restaurant. Egal. Ich würde in meiner Vorstellung, das ist jetzt natürlich aber auch ein bisschen verwaschen, weil ich den Film ja so präsent habe, aber in meiner Vorstellung würde das Date auch genauso ablaufen. Ich würde nicht vor Heino wegrennen auf dem Friedhof, weil hey, kommt aus Düsseldorf. Woller Mann. Aber ich glaube ansonsten, perfektes Date. Aber bitte falschen Hasen. Hackcocktail, würde ich, können wir drüber streiten, aber super. Boah, das war echt ekelhaft, der Hackcocktail, ne? Also da ist ja nur eine Bulette obendrauf. Ja, aber ey, also der Gedanke, so eine Bulette auf einen Cocktail zu packen. Ich habe es gestern einmal gesehen und habe gedacht, boah, das hatte ich voll vergessen. Wer kommt denn auf so eine Idee, wie ekelhaft. Stell dir mal vor, du ziehst so den süßen Orangen- und Maracuja-Saft hoch und riechst durch die Nase so eine Bulette. Geil, noch mit so einem leichten Zwiebel-Aroma. Super. Da muss man halt schon irgendwie aus dem Rheinland kommen und das richtig geil zu finden. Ja, mindestens. Du wolltest noch über einen anderen Charakter sprechen? Frau Harald? Frau, wie hieß die nochmal? Du meinst die Konsulin Kohle Reibach? Ja. Geil an, Arme. Die war auch sehr schnöselig, hat es aber sehr, sehr gut performt. Also der kaufst du halt voll ab, dass sie genau so ist, wie sie ist. Obere, ja genau, dann halt Altweiß, Kohle. Ja, ja. Ja. Gut. Jetzt hätte ich noch einen weiteren Punkt. Und zwar, wir haben, wir beide haben vorher schon besprochen, ob wir dieses Thema kurz anschneiden. So, du hattest mir ja, als wir über WhatsApp geschrieben haben, von wegen, als du den Film nochmal Revue passieren lassen hast, nochmal gesagt, von wegen, ah, da waren so zwei, drei Cringe-Sachen dabei, die ich als betroffene Person auch cringig finde. Und zwar, es geht um das Thema, und es ist halt schon komisch, das zu sagen, weil wenn man an Otto denkt, denkt man jetzt nicht an einen rassistischen Menschen, aber in seinem Film sind halt Szenen dabei, die für, die auch in der heutigen Zeit sowieso nicht gehen. Und damals waren sie auch schon nicht cool. Da ging es halt um das Thema Bimbo und Neger und so weiter, und wie es halt dargestellt worden ist. Du hattest gesagt, du wolltest kurz was dazu sagen. Was war da dein Punkt? Auf was du gerade gesagt hast. Ich wollte da ein bisschen auf die Formulierung aufpassen, weil ich würde, weil diese Szene, die eindeutig einen rassistischen Inhalt hat, würde ich aber nicht auf Otto, den Mann als Schauspieler und Komiker beziehen. Das ist halt zu einfach, das ist zu kurz gedacht, jetzt einfach zu sagen, der Mann spielt ja ja irgendwie sich selbst, und deswegen ist er jetzt ein Rassist. Nein. Das ist mir zu pauschalisiert, und Pauschalisierung führt zu Rassismus unter anderem, und ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema, dass dann jemanden direkt dafür zu verurteilen, dass er ein Rassist ist. Wir müssen nicht über die Szene selber sprechen, das ist ganz klar. Das hat einen rassistischen Inhalt. Ist nicht cool. Ist nicht cool. Der ganze Film hat natürlich einen karikativen Charakter, aber das ist natürlich wirklich, ich weiß nicht, ob das noch Grauzone ist, und gerade heute ist das ein vielbesprochenes Thema, und ich finde es auch wichtig, dass man darüber spricht, und ich finde auch in Ordnung, wenn man die Hinweise gibt, dass Szenen, die in diesem Film vorkommen, ein veraltetes, konservatives Gedankengut enthalten, das man so nicht mehr vertritt. Ich werde nur vorsichtig, um das nochmal zu betonen, einzelne Menschen, die in dem Film dann mitspielen, als Rassisten zu bezeichnen. Und das ist halt genau das Ding. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Otto 0,0 ein Rassist ist. Alleine auch wie die beiden, also der schwarze Kollege, ich habe seinen Namen vergessen, auch wenn er ein bekannter Schauspieler ist. Und Otto, wie sie das gespielt haben, du hast ja trotzdem gesehen, dass die beiden ihren Spaß dabei hatten. Genau, und dass die damit auch irgendwo eine Message rüberbringen wollen. Wo die jetzt liegt, das geht zu stark in eine Inhaltsanalyse, weiß ich nicht was, und da lässt sich auch viel drüber streiten, glaube ich. Aber das sehe ich halt auch. Ich fand es damals als Kind halt nicht cool, sage ich ganz ehrlich, weil das zum Beispiel Stoff gegeben hat, womit ich gehänselt wurde. Deswegen war das immer so ein, ich habe den Film ultra gerne geguckt und immer wenn die Szenen kam, habe ich gedacht, oh, bitte geh schnell vorbei. So, vor allem, wenn man das mit Freunden geguckt hat, weil es mir immer unangenehm war. Nichtsdestotrotz, es war damals halt noch ein bisschen anders, so, und, und, ich mag den Film halt trotzdem. Ich lasse mir den Film auch nicht dadurch kaputt machen, solange ich halt weiß, dass das nicht Gedankengut ist, was Otto Warkes hat. Und da bin ich mir einfach sicher, dass der Mann halt 0,0 so denkt. Punkt. Punkt. Abgehakt? Gut. Abgehakt. Hätten wir das besprochen. So, zu den witzigen Sachen. Kommen wir zu den witzigen Sachen, genau. Hast du jemals die Otto Show gesehen? Das ist jetzt witzig, weil du hast mich ja eingeführt als totalen Otto Hool und ich könnte das nicht beantworten, weil ich habe so viel von ihm gesehen, aber ich habe das nicht in so einem, ich habe das nicht organisiert gesehen. Weißt du, was ich meine? Also ich. Das war, das war, das war so die Sketch Show von Otto Warkes. Also dass er dann auf der Bühne steht und dann eben seine, oder wirklich so eine. Nee, das war so eine, musst du dir vorstellen, das war so eine Sendung, wo auch, wo so Clips gezeigt worden sind, wo er Sketche gespielt hat. Mal in dem und dem Raum, mal in dem und dem Raum. Es kann gut sein, dass du das nicht gesehen hast, weil es war, es ist ururalt. Und zum Beispiel, ich habe das nur mitbekommen, als ich noch sehr, sehr, sehr jung war. Später halt nicht mehr. Auf jeden Fall, was der Bezug zum Film ist, ganz, ganz viele Sketches. Genau, das weiß man nämlich, ja. Die im Film sind, sind eigentlich aus der Otto Show, beziehungsweise aus seiner Sendung. So, da hast du zum Beispiel dieses, ein kleiner grüner Kaktus. Hammer, Hammer, sorry, aber dafür ist er ja auch irgendwo bekannt. Also bei mir ist das, dieses Lied habe ich durch ihn. Ich war die einzige Musikunterricht, die dieses Lied schon kannte und das halt auch immer irgendwie mit einer kompletten Gesichtsentgleisung performt hat, weil ich halt immer an Otto denken musste. Geil. Ja doch, klar, das ist mir bekannt, dass das alles, dass dieser Film vollgepackt ist mit einzelnen Sketchen von, von, aus Ottos Bühnenshows oder eben aus generell. Ja doch. Genau. Und das finde ich wiederum interessant, dass ein Film, der so viele Sketche benutzt, die schon gesehen worden sind, aber dass es trotzdem so angenommen wurde von wegen, okay, jetzt ist es aber im Kino, jetzt ist es was anderes, dass sich so, so einfach keiner darüber beschwert hat und dass es trotzdem der erfolgreichste deutsche Film zu der Zeit geworden ist. Ich glaube, das liegt an was du am Anfang gesagt hast, dass Otto ja so ein bisschen der, der, der Vorreiter war in dieser Sketche-Welt und dass die Leute das auch gewollt haben. Die wollten das sehen. Das war, ich könnte mir vorstellen, dass du ins Kino gegangen bist, um quasi anderthalb Stunden dich halt von Ottos Sketchen berieseln zu lassen. Ich glaube, das war vielleicht auch so ein bisschen der Wunsch, dass jetzt natürlich von mir vollkommen, weil du ja in den 80ern schon da warst. Ne? Ich wusste, ich habe das Leben davor. Ja, natürlich. Nein, aber ich kann es mir einfach vorstellen. Also so, so dieser Wiedererkennungswert und dann freust du dir auch tierischen Ast ab, wenn du dann mit den Sketch zum Beispiel in deinem Kinositz performen kannst. Ich kann deine These stützen. Und zwar 1988, als der Film das erste Mal im Fernsehen ausgestrahlt worden ist, hatte er über 16 Millionen Zuschauer. Irre. Das muss man sich mal reinziehen. 16 Millionen Zuschauer. Und das liegt um ZDF. Ich weiß noch nicht mal, ob ihr die ZDF noch kennt, ob Leute das heute noch gucken, außer die Sportschau. Ja, das, 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 das. Das ist eine Idee, glaube ich. Jetzt wird es peinlich. Okay. Ne, das lassen wir drin. Das schneiden wir nicht raus. Das lassen wir drin. Nein. Yeah, peinlich. Auf jeden Fall, zu der Zeit, damals war das öffentliche, rechtliche Fernsehen ja das, was alle Leute halt empfangen haben, etc. Deswegen waren die Altschallquoten eh immer noch etwas stärker. Nichtsdestotrotz ist es über 16 Millionen einfach unfassbar. Krass. So, und das zeigt halt einfach, wie sehr die Leute das einfach sehen wollten. Ich habe noch einen anderen Funfact gelesen. Ich weiß nicht, ob du das auch wusstest. Es gab ja, ich weiß nicht, wie lange es das nicht mehr gibt oder ob es das wieder mittlerweile gibt. Ich gucke ja leider kein TV mehr. Das heißt, leider läuft halt nur noch Müll. Es gab mal diese Sendung Verstehen Sie Spaß. So, das war so in den 90ern auch so eine Sendung, mit der ich groß geworden bin und während der Dreharbeiten von Otto der Film wurde Otto von Verstehen Sie Spaß verarscht. So, und das finde ich halt geil, dass ein Komiker, der einen Kinofilm, einen Comedy-Kinofilm dreht, während der Dreharbeiten von Verstehen Sie Spaß auf den Arm genommen wird. Und ich hätte es so gerne gesehen, ich habe den Clip aber nicht gefunden. Oh, schade. Ich hätte nämlich gerne gewusst, anfragen, ob man den irgendwie mal in den, kann ich ein bisschen in den Archiven empfohlen. Ich hätte gerne gewusst, wie Otto reagiert hat, wenn man ihn mal veräppelt. Ich auch. Also, der ist so, das ist so ein professioneller Mensch, der von Natur aus so viel Spaß in sich trägt, denke ich, dass der wahrscheinlich für eine Mühsekunde vollkommen aus seinen Socken gehauen war und so. Huh? Aber dann direkt wieder Switch. Meinst du? Ich kann es mir irgendwie vorstellen. Der erlebt das ja auch irgendwie. Er ist es ja. Das sind ja keine, er spielt ja auch verschiedene Charaktere, aber irgendwie sind die alle er. Das stimmt. Ein sehr wandelbarer Schauspieler. Er spielt zehn verschiedene Charaktere, aber es ist immer er. Otto, Otti, Ottili. Oh Mann. Hast du, ah ne, das wollte ich noch erzählen. Ich glaube, ich habe dir das auch schon mal so gesagt, aber ich hatte ja mal das Vergnügen, Otto kennenzulernen. Hatte ich das mal erzählt? Nee. Okay. Habe ich es vergessen? Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ja, hier rein und selbe Ohr wieder raus. Geht die alles rein? 2000, lass mich nicht lügen, ich meine, es wäre 2008, 2009 gewesen. Zu der Zeit, wo ich selber noch Musik gemacht habe, da war ich bei einer Veranstaltung, ich glaube, es war The Dome oder Bravo Supershow, eins von beiden. Und ich war in der Kantine, ich war auch als Künstler da, als Backgroundsänger für jemanden und ich saß in der Kantine und neben mir saß Otto und wir haben zusammen gegessen und ich habe so eine Viertelstunde mit ihm gequatscht und ich war total erschrocken, als er mit mir normal gesprochen hat. als er nicht so gegessen hat. Ja, so und für mich war das total so, also wirklich, ich habe zwar natürlich mit ihm normal geredet, aber die ganze Zeit habe ich gedacht, krass, ich bin davon ausgegangen, er kann nicht anders reden. Wenn du so viele Jahre lang die ganze Zeit so redest, also irgendwann muss das ja deine Persönlichkeit übernehmen. Ja, aber er hat ganz normal, sehr intelligent gesprochen, ohne, ja, obwohl es auch cool gewesen wäre, wenn er so gegessen hätte dann so gesprochen hätte. Jetzt hast du es ja auch gefeiert, einen ganzen Hackcocktail dazu. Ja, natürlich, mit schönen Bulette oben drauf. Yes. So, ich habe noch einen Funfact und dann wäre ich mit meinen Informationen durch. Und zwar, im Film gibt es ja die ganze Zeit die mysteriöse Zahl 9.876 Mark und 50 Pfennig. Ja. Wackengeld. Ja. So, und es passiert ja immer wieder, dass Otto quasi, er braucht ja Geld, um den Kreditteil zurückzuzahlen, von dem er sich Geld geliehen hat. Und immer wieder im Film gibt es Momente, wo er quasi an dieses Geld wieder herankommen kann. Also, es fällt ihm immer wieder in den Schoß, dass er Dinge hat, die er für dasselbe Geld verkaufen kann, aber er verdaddelt es halt immer wieder. Ja. So, und diese Idee von wegen, dass es immer wieder dieser selbe Betrag ist, das war tatsächlich Ottos Idee. also das hat er dem Drehbuch hinzugefügt und finde ich, also die generell den Gag von wegen, dass immer wieder Möglichkeiten kommen, wo er was bekommt, um es zum selben Preis verkaufen zu können und er vergeigt es immer. Ich finde es ein geiler Gag. Das ist wieder diese Scheuklappen-Geschichte so von wegen, der konzentriert sich so sehr darauf, dass alles gerade so schlecht läuft und so, dass er dann halt irgendwie nicht eins und eins kombiniert und sagt von wegen, Mensch, es ist bestimmt ein ziemlich teurer Wein, der mir da geschenkt wird, vielleicht kann ich zumindest einen Teil davon irgendwie rausholen. Oder, keine Ahnung, auch in dieser blöden Situation rund, wo er den Mann an die Dame verkaufen möchte, auch da nicht zu sagen von wegen, anstatt mir jetzt die 50 Euro für die Fliege irgendwie zu holen, pusht das doch noch ein bisschen nach oben, damit du näher, das ist so, das ist halt eben dieses, wie gesagt, das erinnert mich voll an dieses Buch aus dem Leben eines Taugenies, so dieses, irgendwie kommt der nicht in die Pötte, der hat die kreativsten Ideen aus den Situationen herauszukommen. Ja, aber mit dem größten. Genau, mit dem riesen Umweg, der für uns natürlich das Beste ist, was uns passieren kann als Zuschauer, weil wir damit halt die ganze Zeit durchlachen, aber für jeden selbst ist das so, ja, und dann musst du erst auf eine einsame Insel stranden. Ja. Um an den Punkt zu gelangen. Kannst du dich noch daran erinnern, der Gag, wo Sky de Mons und die Sylvia und die Mutter eben den teuren Wein geben und Otto steht dann davor, guckt das so an und sagt, ich kann das nicht annehmen, ich kann nicht annehmen, dass das schon alles sein soll. Geil, oder? Das ist mit einer meiner liebsten Gags oder wenn er eben bei dem High, bei dem Kredit High ist, der eben diesen Vertrag aushändigt und Otto sagt, ich lese mir das mal eben durch und der kommt zum Kleingedruckten und dann sagt er, nein, lesen Sie nicht das Kleingedruckte, aber warum denn nicht? Das ist nicht gut für Ihre Augen. Oh ja, sehr viel, vielen Dank. Ich konnte nicht mehr. Ich finde es so geil. Das ist so simpel, das ist so dumm und das ist so geil. Ganz ehrlich, da bin ich leicht abzuholen. Gar kein Problem für mich. Brauche ich nicht viel. Wenn du sagen würdest, von einer Quote her, eins oder einer Ratio von eins zu hm hm hm, wie gut ist die Quote von ultra hardcore flachen Witzen zu wirklich guten Witzen? Da fragst du die falsche Person. Original die falsche Person, weil ich echt bei jedem Scheiß lachen kann. Genau, sowas habe ich selten, dieses oh, bitte. Habe ich kaum, weil ich es einfach immer geil finde. Am Ende finde ich es einfach nur geil, dass jemand auf die Decke gekommen ist oder dass jemand da saß und gesagt hat, lass den mal machen, lass mal genau den machen. Alle so, boah, weiß ich nicht. Nur komm, wir machen den mal. Mindestens einer lacht und genau die Person wäre ich. Und deswegen, weiß ich es nicht. Da ist ja auch schon, da sind ja auch dann so wieder ein bisschen detailverliebtere Witze. Hält sich voll in Rage hier. Können wir denn noch mal gucken? Alleine die, die alle oder die viele Namen haben ja einen Bezug auf reale Personen. Ja, genau. Die wurden aber dann so abgeändert. Abgeändert, genau. Also der Fürst von Markbiss zum Beispiel oder der Oberst Stussner oder wie der da heißt. Die Person gibt es aber natürlich halt nicht in den Namen oder gab es. und das zum Beispiel finde ich schon wieder so, ich weiß nicht, ich finde es einfach geil. Es ist so simpel, aber so gut. Deswegen ist es schwierig. Für mich gibt es keine. Okay. Schwierig. Doch, deiner eben war. Der Otto ist ein Otto. Da kenne ich keinen Spaß. Den finde ich super. Also für mich, aus heutiger Perspektive würde ich sagen, von der Quote her, jeder vierte oder fünfte Witz zündet bei mir. Du bist nicht das Publikum. Nee, warte, 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 warte. Zwei von fünf ist bei mir, wo ich echt kopfschüttel und mich fremdschäme, ist dann aber wieder lustig finde, weil es eben so flach ist. Also das sind Witze, die sind teilweise so flach, wo du echt die Füße hochheben musst. So wo ich dann trotzdem aber sage von wegen. Dann geht der Witz unter dir her und stupst dich doch an und du findest doch Witze. Ja, ich ertappe mich dann, dass ich wirklich noch lache darüber, weil es einfach so schlecht ist. Das muss man können. Sag ich dir. Super. Otto Walkes Traum an. Auf IMDb hat der Film eine 6,4. Ist wahrscheinlich in deiner Kategorie viel zu niedrig. Was kriegt er bei dir? Ich sehe schon, es wird viel zu hoch, aber es ist ja bei dir auch eine Herzensangelegenheit. Ja. Oh. 9,5. Nein, nein, komm. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie High-End gedreht oder so. Aber das muss es auch manchmal nicht sein. Und für mich ist es irgendwie wie ein ganz großer Sketch mit so einer dünn, aber sichtbaren roten Linie, die dann doch irgendwo da durchfällt. Aber trotzdem gibt es bei mir eine 7,0. Eine 7,0? Genau. Ich weiß, dass das ja schon ziemlich gut ist bei IMDb. Und du weißt, dass das für meine Verhältnisse aber recht niedrig ist. Ja. Das finde ich ist aber bisher die nachvollziehbarste Bewertung, die ich von dir gehört habe. Ich bin davon ausgegangen, du gibst jetzt eine 8,3 oder sowas tatsächlich, wo ich in meinem Kopf schon am Schütteln war, aber das kommt jetzt schon wieder. Aber bei mir kriegt er eine 6,7. So, nicht weil ich aus heutiger Sicht sage, er ist immer noch so mörder-mörder-lustig, aber weil ich ihn auch ein bisschen aus den Augen von damals sehe, weil viele der Gags, die er damals gebracht hat, die wurden halt bis heute 8 Milliarden mal kopiert etc., aber die waren damals halt noch frisch. So, das muss man halt auch noch mit in Betracht ziehen, dass er halt Trendsetter war, viele Witze zum ersten Mal da geäußert hat und das darf man bei Komödien nicht vergessen. Halten wir aber fest, Otto, der Film ist Kulturgut. Definitiv, definitiv. Ein Kultfilm und für, wenn man einfach mal Bock hat, Kopf auszuschalten und sich ein bisschen fremd zu schämen und ein bisschen zu lachen und einfach mal zu denken von wegen, ach komm, what the hell, why not? Und wenn man glaubt, dass Otto einfach nur so ein Blödi oder so ist, so ein Blödelei-Komiker, dann sollte man sich den auch angucken, weil da wird auch noch mal klar und da spreche ich jetzt nicht aus der Figur Silvia, wie facettenreich der ist, wie musikalisch der Mann ist. Das absolut, ja. Der kann tanzen, auch wenn es manchmal ein bisschen rubeholfen aussieht, aber es hat alles schon irgendwie Hand und Fuß und dabei hat der, ach, ich, wir haben nicht genug Zeit. Wir haben nicht genug Zeit. Ich will einfach nur sagen, das ist ein klasse Mann, der hat eine große Palette an Talenten und ich feier ihn. Falls das noch nicht rübergekommen ist. Hat man nicht gemerkt. Ihr seid wieder dran. Postet mal gerne in die Kommentare, was sind eure, ja, Erinnerungen an Otto, der Film. Wie sind generell eure Memories, was Otto angeht? Habt ihr die Otto-Show gesehen? Die Otti fandet. Postet es gerne in die Kommentare. Und ansonsten, vielen Dank, Sarah Sahara, dass du wieder dabei warst und dein Love Letter an Otto geteilt hast mit uns. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf SeanDavidTV. Tschüss. Hallo Filmfans, ich bin die Jazz-Produzentin von SeanDavidTV. Wenn ihr die Folgen mochtet, lasst doch sehr gerne ein Like da und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann abonniert unseren Kanal. Bis dann. Bis dann.